Tja, was soll man sagen? Mit Blick auf die Märkte, es geht nach oben und das mit Nachhaltigkeit, so wie es zumindest mal aussieht, im Chart. Begründet wird das möglicherweise heute durch ein paar zusätzliche Informationen, die Initial Dropless Claims, die Erstanträge, die waren ungefähr, na, ziemlich passend, wie erwartet. Also das ist keine große Überraschung. Eher positiv sind dagegen die Erzeugerpreisdaten, die Produzentenpreisindizes, die ihr hier jetzt seht, naja, sie sind zumindest mal schwächer ausgefallen, das heißt, die Preissteigerung ist nicht mehr so stark, wie sie zuvor war und auch weniger stark, als sie erwartet wurde. Das ist immerhin mal ein ganz gutes Zeichen, das nimmt nämlich mal den Druck weg, diese Preise an den Marktteilnehmer, also an den Kunden sozusagen, weiterzugeben und das wiederum entlastet mal die Situation, was die, naja, Inflationsdaten angeht. Soweit klingt das alles ganz gut. Der Markt nimmt es positiv auf. Was soll ich groß erzählen? Der Markt, er steigt. Solange er steigt, sollte man nicht unbedingt short unterwegs sein. Ich sehe die Chance und ich sehe die Gefahr, dass bald mal ein Rücksetzer kommt, aber Gefahr ist vielleicht ein falsches Wort, denn ein Rücksetzer ist ja nicht unbedingt was Schlimmes, sondern möglicherweise etwas, ich mache das mal hier oben im Tagesschart, was eine sehr schöne Bestätigung dieser Bewegung eben mit sich bringt, also wenn wir nochmal hier irgendwie korrektiv runtergehen und anschließend ja dann wieder nach oben, also das ist jetzt nicht in Scale, das ist vielleicht zu groß gemalt von der Zeit, aber wenn das irgendwie so aussieht, hey, ist doch super, bestätigt ja dann sogar umso mehr das bullische Bild. Chart-Technisch also alles auf bullisch getrimmt. Wir sind in der Nähe einer Unterstützung. Im Moment sind wir vielleicht drüber gelaufen, Entschuldigung, eines Widerstands in dem Fall. Der Kurs ist ja hier am 30. Mai war es hier auf eine Hochmarke gelaufen, ungefähr bei 33.420. Wir sind schon drüber. Also ihr seht, Marktteilnehmer nutzen Widerstände nicht für einen Dreh, für eine Panik und das ist ein gutes Zeichen, zumindest mal aus bullischer Sicht. Deshalb auch wichtig der Hinweis, viele sind jetzt, ja, aber man muss doch jetzt auf die Short-Seite wechseln. Nein, man muss erstmal nicht. Ich weiß, auch ich bin, also der Letzte, der jetzt sagt, kaufen, 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 jetzt und zu diesen Preisen. Ich finde, das sind keine schönen Einkaufspreise. Was sind denn schöne Einkaufspreise, Rüdiger? Sag mal, naja, ein schöner Einkaufspreis ist, wenn ich einen Nachlass kriege, also irgendwie mal eine Korrektur hier nach unten. So müsste das aussehen, um mich einigermaßen glücklich zu machen. Also jetzt auf diesem Niveau zu kaufen, finde ich unattraktiv. Ja, aber wenn er weiter steigt, ja, dann gucke ich halt hinterher. Ich freue mich mit all denjenigen, die jetzt schon dann long sind, möglicherweise. Aber ich warte auf den nächsten Rücksetzer, egal auf welcher Zeitebene ihr den dann beispielsweise suchen wollt. Das kann auch im Kurzfristigen sein, im 5-Minuten-Chart, nur nochmal so zur Erinnerung. Das war jetzt hier der Verbraucherpreisindex, die Information. Und ihr seht, anschließend ist es wackelig runtergegangen. Wackelig ist immer das Zeichen für nicht die richtige Richtung. Die andere nicht so richtige Richtung ist dreiwellig. Also wenn ihr irgendwas habt, was klassisch A, B, C oder von mir aus eben doch wackelig aussieht, dann ist das eine falsche Richtung. Dann geht die starke Richtung, die starke Richtung anschließend nochmal weiter. Also es gab keine Indizien hier auf die Short-Seite zu wechseln. Auch nicht ansatzweise. Und wer, oh, das ist vielleicht ein guter Test. An der Stelle, Mensch, Rüdiger, einigermaßen stark abwärts, dreiwellig, dann bist du doch auf der Short-Suche. Ja, richtig formuliert, auf der Suche nach dem Short. Und Trigger für solche Eventualitäten ist immer so dieses letzte Zwischentief. Hätte er das gebrochen, gut, der Abstieg ist nicht ganz perfekt. Aber nein, nein, ich will nicht maulig sein, es ist schon ziemlich zügig da runtergelaufen. Wenn er da durchgegangen wäre, wäre das für mich ein Short und ich wäre dann entweder glücklich, weil der Kurs gefallen wäre oder ich hätte halt einen Minustrade mal zwischendurch gemacht. Aber ihr seht, wenn ihr euch auf diese Bewegungsabläufe konzentriert, habt ihr eine ganz gute Chance, die entsprechende Trendrichtung eben mitzunutzen, wenn sie eben hochgeht. Sprich, wenn es jetzt hier, machen wir das mal auf den aktuellen Stand, reden wir doch nicht drumherum, wenn wir jetzt hier irgendwie so eine Bewegung haben, vielleicht im Laufe des Nachmittags noch und anschließend kommt er wieder wackelig zurück. Den Begriff wackelig noch mal kurz erklärt, weil ich weiß, dass immer wieder auch neue Leute zu diesen Videos stoßen hier. Wackelig ist einfach, wenn es mehrfach hin und her läuft, die Gegenbewegung aber sich überschneiden. Also dieses Hoch ist dann höher als das vorherige Tief, sodass dann hier quasi in dieser Zone die Überschneidung ist. Und dieses Hoch ist höher als dieses Tief, sodass in dieser Zone dann die Überschneidung stattfindet. Das ist dieses Wackelige, was ich immer sage mit diesen Kursüberschneidungen, wenn man sagt, naja, es geht aber mehrmals in die Gegenrichtung, aber die überschneiden halt. Das ist ein ganz gutes Indiz dafür. Wichtig, Wortwahl, kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass abwärts nicht en vogue ist, dass die meisten Marktteilnehmer jetzt noch keinen richtigen Drang verspüren, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Das andere Szenario ist eben, wenn es dreiwellig ist, dann eben das hier als ein Trigger. Das könnt ihr auch heute Nachmittag zum Beispiel im 5-Minuten-Chart noch mal anwenden, wenn er das entsprechend bringt. Das könnt ihr auch auf Tagesebene anbringen, dann allerdings dauert das möglicherweise mehrere Tage. Hier hat es auch mehrere Tage gedauert. Irgendwie sowas in der Richtung kann hier auch passieren. Das ist allerdings etwas, bis dahin sprechen wir uns ja wahrscheinlich noch mehrmals, denn auf Tagesebene wird das noch eine ganze Weile sich eben ziehen. Aber Intraday, ihr seht das, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Ich hatte es hier eben eingezeichnet, spult notfalls das Video zurück. Ihr seht auch hier der Widerstand, da ist der Kurs durch. Also bitte nicht immer sagen, es ist ein Widerstand, da dreht er ganz sicher. Bin ich mir ganz sicher? Nee, macht das umgekehrt. Sagt eher, da sehe ich eine Chance für einen Dreh. Hey, mal gucken, was die anderen machen. Und dann springe ich notfalls da mit drauf. Wenn wir dann wieder Schubbewegungen in die eine und die wackelige Bewegung in die andere haben. Ich weiß, es ist langweilig, was ich erzähle, aber was soll ich euch sagen? So ist es halt. Und so zeichnet es sich hier ja im Moment auch ab. Seid nicht verzweifelt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber Rüdiger, das ist doch nicht immer so. Hier zum Beispiel, wackelig wäre cool gewesen, wäre ich hier long gegangen. War aber nicht wackelig. Ja, sehe ich auch so. Wäre ich auch nicht long gegangen. Ich persönlich. Weil ich bin da sehr pingelig. Wenn das schön macht, mache ich gerne mit. Wenn das nicht schön macht, dann halt nicht. Also insofern das als mal so als grobe Idee dazu. So, gucken wir uns mal einen DAX an. Wie sieht der denn aus? Da sehen wir, dass der auch noch immer noch auf der Aufwärtsseite relativ stark unterwegs ist. Also es gibt auch hier noch keinen Grund zu erkennen, dass die Short-Seite jetzt die richtige ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Short, was für eine Motivation habe ich jetzt hier Short zu gehen? Ja, könnte doch drehen. Ja, aber dann muss er es halt auch erst mal tun. Also, ihr geht ja auch nicht in den Laden rein und sagt, hier sind 100 Euro. Irgendwann, vielleicht jetzt ja, gibst du mir dann auch eine Ware dafür. Sondern ich will die Ware sehen. Wenn sie mir gefällt, nehme ich sie mit. Seht ihr hier irgendwas für die Short-Seite? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe eine Chance drauf. Aber eine Chance ist mir zu wenig. Ich will sehen, dass die Lust haben darauf. Dass die sagen, irgendwo haben wir eine starke Abwärtsbewegung. Haben wir im Moment nicht. Hier hatten wir mal so ein bisschen was. Aber wenn wir ehrlich sind, naja, der Kurs kam von hier. Das ist ja auch wieder so ein Dreiweller. Also, auch hier sieht es im Moment eher nach einer Fortsetzung nach oben aus. Vielleicht sogar das hier. Alles Fortsetzung nach oben. Hier vielleicht im Laufe des Nachmittags. Das ist so meine Hoffnung, dass wir in den verschiedenen Märkten, egal ob jetzt DAX oder die amerikanischen Indizes, so im Laufe des Nachmittags. Von mir aus zieht sich das auch bis morgen so ein bisschen wackelig, ein bisschen korrektiv, wichtig. Korrektiv, also dreiwellig, kurzüberschneiden, nach unten gehen. Dann haben wir eine realistische Chance, dass dann noch mehr geht. Wie weit so ein Rücksetzer? Naja, dafür gibt es, ich hüstel noch, Tiefpunkt. Hochpunkt, vorläufiger Hochpunkt ist ja das. Denkt immer dran, ein klassischer Rücksetzer geht idealerweise so. Ich hatte euch das hier erklärt, schon im Übergeordneten. Das will ich jetzt ja nicht nochmal machen, aber hier im 15-Minuten-Chart beim DAX-Index in dem Fall wäre das so. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er irgendwo 13.650, von mir aus auch 13.560, irgendwie sowas in die Richtung, wenn er in diese Kiste reinfiele, idealerweise möglichst korrektiv, sodass ich sagen kann, die Seite aufwärts und diese Seite abwärts kann ich von der Bewegungsdynamik deutlich unterscheiden. Hier seht ihr keine Kursüberschneidung der Pausen. Da hinten vielleicht, je nachdem wie sich das noch ausübt, aber der ist jetzt ja noch niedriger. Das könnte schon Teil der Korrektur sein. Wenn ihr jetzt sagt, ja, da könnte es wieder, dann weiß man es wieder nicht genau, macht es so. Immer wenn es nicht so aussieht, wie ihr das schon versteht, wie ihr das nachvollziehen könnt, Finger weg. Und wenn ihr dann einen Trade verpasst, ist egal, dann macht ihr den halt nicht beim DAX, dann macht er halt mal einen Trade beim Eurostox. Das ist jetzt hier auf Tagesebene. Ich will euch jetzt nicht verleiten, in Eurostox zu handeln, aber ich möchte euch dazu bringen, dass ihr nicht auf den Trichter kommt, ja, aber wenn es dann doof aussieht, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, aus meiner Sicht ein ganz schlechter Plan. Entweder sieht super aus, dann macht ihr es, weil die Erwartungshaltung dann zu unseren Gunsten sehr hoch ist. Nicht 100 Prozent. Bitte nicht davon ausgehen, nee, dann klappt das. Dann mache ich ganz sicher einen Gewinn. Aber die Chancen sind deutlich besser. Und auch das Chance-Risiko-Verhältnis, das habe ich euch häufiger gezeigt. Kann ich mal vielleicht die Tage wieder mal anbringen hier in den Videos, wie das dann aussieht. Aber die Trefferquoten sind tendenziell besser und die Chance-Risiko-Verhältnisse sind tendenziell besser zu unseren Gunsten. Ja, dann mache ich doch das. Und immer dann, wenn der Markt es hässlich macht, dann sage ich, hey, dann gucke ich mir das doch mal an. Wie machen es denn die gerade beim Nasdaq oder beim Russell oder beim, egal welchen Index ihr euch dann auch immer raussucht, sucht euch irgendeinen schönen aus, der dieses Bild gerade wunderbar zeigt. Geht übrigens auch bei Aktien, nicht nur bei Indizes, aber im Index-Update am Nachmittag reden wir natürlich klassischerweise über die großen Märkte insgesamt. Tja, bleibt mir euch einen wunderbaren Nachmittag zu wünschen. Denkt immer dran, stark in eine Bewegungsrichtung, korrektiv in die andere, Dynamik hoch, wackelig runter. Das wäre es, worauf ich gerne heute Nachmittag noch blicken würde. Hochdynamisch, ja, das hat er schon gemacht. Wackelig runter, das wäre jetzt die nächste Aufgabe. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es rechtzeitig seht, dass ihr die eine oder andere Gelegenheit davon umsetzen könnt. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.